Ein neuer Tag, ein neues gottverlassenes Drecksloch zu inspizieren. Da werden wir am meisten gebraucht. Behauptet zumindest Gunther von Duisburg. Wieso hält er dich aus den echten Kämpfen raus? Prinz Wilhelm, schnell, bitte! Ein Angriff! Unsere Basis hält nicht mehr lang durch! Na bitte, Passivall. Saxonia in Not. Gehen wir! Erwarte Befehle. Ich diene dem Vaterland. Ich werde in Kürzeln. Ihr habt weiter ausgemacht. Ende Wichtigung! Sagen Sie uns, was ihr tun sollt. Ich bin stets bereit. Schreiter bereit! Da sind sie! Schnell, ich helfe Ihnen! Wenn das hier ist, geht's! Deckung ist immer im Vor. Wir warten Befehle. Wir warten auf eine Mission. Begebt uns in Deckung. Ich werde in Kürze dort sein. Bereit unsere Kanonierer greifen an! Jawohl. Greifen jetzt an. Schreiter bereit! Ich bin stets bereit! Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben! Er nicht angreift, denn er wartet die Todesfahre! Rast damit! Komm her! Steh uns! Steh uns! Wo auch immer ich gebraucht werde! Eine Schande, dass Sie nicht... Ich bin euer Scharfrichter! Ich steh bereit! Sie! Neue Befehle! Antimeck kann und... Sie griffen an! Exus... ...unser Status ist immer noch unverändert. Wir knöpfen sie uns vor. Ich diene dem Vaterland. Erwarte Befehle. Greifen jetzt an! Rückt vor und greift an! Wir knöpfen sie uns vor. Ziel an, Visier! Ziele an, Visier! Ziele an, Visier! MACHT EUCH FEUERBEREIT! Macht euch Feuerbereit! Steh ihn auf, Visier! Ziele an, Visier! Macht euch Feuer bereit! Feuerbefehl bestätigt! Ziel anvisieren! Feuerbefehl bestätigt! Ziel anvisieren! Zielposition bestätigt! Was benötigt der Kaiser? Marschroute erhalten! Saxonia, an die Arbeit! Wenn es dem Imperium hilft! Das wird uns gute Dienste leisten! Verstanden? Granat in der Luft! Auf ins Getümmel! Sind schon dabei! Schwach! Feuer! Sieht aus, als ob sie auf dem Kopf aus sind! Prinz Wilhelm, welch eine Ehre! Ihr habt uns gerettet! Ich lasse nicht zu, dass Saxonia von diesen Wilden abgeschlachtet werden! Hört, hört! Es ist noch nicht vorbei! Verteidigung reparieren! Mehr Ressourcen sichern! Und bereit machen für neue Angriffe! Wir lassen nicht nach! Egal, was der Feind unternimmt! Neues Primärziel erhalten! Wir sind stets bereit! Wir machen wohl große Fortschritte im Süden! Hab ich auch gehört, aber verlass dich nicht drauf! Ich hab nur PAD-Situationen gesehen! Und die Siege fühlen sich mehr nach Niederlagen an! Eine andere Waffe könnte uns weiterhelfen! Das Imperium hilft! Befehle! Achtung! Panzereinheit erwartet Befehle! Grimbergs bereit! In Bewegung! Sagen Sie uns, was ihr tun sollt! Exoskelette bereit! Befestigung bereit! Saxonische M.G. Schützen bereit! Saxonische M.G. Schützen bereit! Kaiser kann auf uns zählen! Bunker hier! Stets wachsam! Grenadiere bereit! Saxonier, an die Arbeit! Bestätige! Ich bin stets bereit! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Ich werde in Kürze dort sein! Unsere Waffen sind bereit! Diese Vorräte werden dringend auf! Bereit für Missionsnebenzeit! Aufstellung! Brauchen Sie eine Panzereinheit? Isegrim wird fertiggestellt! Jawohl! Position bestätigt! Wir haben weiteres Eisen sichergestellt! Fehle! Pioniere werden bereitgestellt! Was gibt's? Wo auch immer ich gebraucht werde! Sagen Sie uns, was das wird uns... Ich werde die Feinde Saxonier sein! Und nie das alles wieder in Ordnung! Schreiter bereit! Wir stehen bereit, unsere Fähigkeiten in den Dienst des Imperiums zu stellen! Position bestätigt! Bereit für Befehle! Niemand baut Befestigung wie wir! Wir sind stets bereit! Wir sind stets bereit! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Nicht genug Platz zum Bauen! Verteidigungsbereit! Wir sind hier, um zu dienen! Unterwegs! Verteidigungsposten bereit! Ich diene dem Vaterland! Stets wachsam! Grenadier-Saxonier! An die Arbeit! Werkstatt hier! Verteidigungsposten bereit! Neue Befehle! Erfahrte Befehle! Rücken vor wie befohlen! Da kommen sie! Achtung Männer! Befestigung bereit! Höre! Spürt meinen Zahn! Ich angreife den Vater, die Tollschlappe! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Wir warten auf eine Mission! Wenn es dem Imperium hilft! In diesem Spiel sind etliche Feinde! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Sie greifen an! Niedere Befehle! Die Eier! Ihr Schicksal ist besiegelt! Gegner hier! Auf der Kiste schwarzen! Zum Sieg! Ja? Lauft um euer Leben! Wie Lämmer zur Schluckwanke! Wer mich angreift, den erwartet die Todesschlappe! Sie werden mit den Unbereitungsrichter leben hier! Und wer ist jetzt? Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Diese Runde! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Mehr Feinde ausgemacht! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Ich bin euer Schachtrichter! Die Eier! Der Feind ist auf dem Rad aufgestiegen! Steh'n unter Wäscher! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Der Feind rückt neues Ziel. Verteidigungsposten beruht. Wir sind hier, um zu dienen. Gebäude-Upgrade-Anschlung-Ruppen nahe unserer Bedeutung. Wir werden geschossen. Wir haben schon Schlange zepariert. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Feindliche Feinde an einem Netz ab. Feindbeschuss! Ich bin jetzt bereit. Was haben Sie sich selbst? Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Gesichtet! Erfnet das Feuer! Wir werden geschossen! Setzt sie mit, Blei! Ich diene dem Vater. Richtet sie das Schwertzuhl! Die Massade schießen auf mich! Pioniere bereit für die Abwehrbehebung! Bucker hier! Zeit für eine neue Waffe! Die Masse! Gebäude-Upgrade-Anschlung-Ruppen! Einen zwei Edle-Klingel-Tür-Geschmisch! Der Feinde ausgemacht! Einer unserer Trupps ist gefallen! Der Feind greift eines unserer Gebäude an! Gerticht! Wir haben Ihre Aufmesserkeit! Befehle! Befehle anvisiert! Bereits! Bereits für Befehle! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Angemessenes Verhalten! Die Schwedigen beschlossen! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Ich bin stets bereit! Wir sind stets bereit! Niemand braucht Befehle! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Graz, Saxonies! Feindliche Einheit ausgemacht! Das war's! Nein! Die kommen wieder! Stärkt die Befestigung! Und besorgt mehr Truppen! Was gibt's? Ein dickerer Lauf würde nicht so schnell überhitzen! Wir überwachen! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Befestigung bereit! Lasst uns in Deckung bleiben! Wir arbeiten mit voller Leistung! Wir sind hier, um zu dienen! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Stets wachsam! Verteidigungsposten bereit! Muka hier! Wir sind stets bereit! Wir beheben die Schäden! Ich bin stets bereit! Ich werde in Kürze dort sein! Panzereinheit erwartet Befehle! Alles wieder in Ordnung! Grimmbad bereit! Stets wachsam! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Pioniere bereit für die Arbeit! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Stets wachsam! Alles wieder in Ordnung! Erhol! Zielposition bestätigt! Sagen Sie uns, was das wird uns gute Dienste leisten! Bereit, unserem Pflicht zu tun! Verteidigungsposten bereit! Nehmen Sie Aufstellung! Achtung! Wir können alles reparieren! Stets wachsam! Verteidigungsposten bereit! Wachsam! Oh, ja! Great abgeschlossen! Eine Waffe könnte uns weiterhelfen! Der Kaiser kann auf uns zählen! Rückzug sofort! Grenadier-Saxonia, an die Arbeit! Wir sind hier, um zu dienen! Wir haben die Basis erreicht! Das Heiligungszeits wachsam! Die Saxonis würdig sind! Pioniere bereit für die Arbeit! Niemand baut massiver als wir! Bunker hier! Granatas wird uns gute Dienste leisten! Brauchen Sie eine Partei? Wir sind hier, um zu dienen! Wechseln die Position! Zweite Melle, mein Prinz! Ich will 100 russiertisches Geld für jeden Saxonier, den Sie kriegen! Sagen Sie uns, was ihr tun sollt! Steher und wir feiern Beschuss! Befestigung bereit! Deckung ist immer gut! Wo werde ich gewaucht? Gegner entdeckt! Ich werde hier erschossen! Das! Neues Ziel! Rebaraturen! Befestigung bereit! Lass sie! Oh! Oh! Ich bin geschossen! Befestigung bereit! Keine! Befestigung! Befestigung! Nehmen die Bedrohung ins Visier! Steht's wachsam! Stehe unterfrieden! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Wir sind still zu betreffen! Befestigung! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Ich werde hier beschossen! Wir kommen euch zurück! Wir haben ihre Kette gesiegtet! Wir sehen eine feindliche Einheit! Ihr Feind gerät durch die Waffe! Bereit! In Deckung! Stehen unser Bischofs! Schreiter bereit! Mehr als Feinde ausgemacht! Wir beheben die Schäden! Eine unserer Einheit ist in den Veteranenraten aufgestiegen! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Kein Kontakt! Wir werden geschossen! Da geht's lang! Der Trupp wird angegriffen! Befehle, wir werden sie... Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Verteidigungsposten bereit! Stehen ins Wasser! Und was jetzt?! Er hat den Feind erledigt! Sammeln wir diese Materialien ein! Verteidigungsposten bereit! Der Kaiser kann auf uns zählen! Feindliche Einheit! Wir geben uns zu den neuen Koordinaten! Wir sind von der Front zurück! Jetzt! Das Rückgrat steht wachsam! Bunker hier! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Feindliche Einheit ausgemacht! Wir sind hier, um zu dienen! Ich stehe unter Beschuss! Ich stehe unter Beschuss! Stets Wasser! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Der Kai ist keine Aufgabe, ist zu banal. Ich diene dem Vaterland. Sie sind so gut wie tot. Wir schützen hier. Jetzt holt sie es fest. Ich bin stets bereit. Kein Daraus gemacht, der tot wartet. Ich steh bereit. Rein und... In Bewegung. Pioniere bereit für die Arbeit. Feindliche Einheit ausgemacht. Benötigt. Niemand baut Befestigungen wie wir. Alarm treten. Bereit für Missionszuteilung. Brauchen wir eine Panzereinheit? Das waren die Letzten. Hoffentlich. Wo kommen die alle her? Sie haben eine riesige Festung im Norden. Uneinnehmbar. Verteidigungsposten bereit. Wir können alles reparieren. Befestigung bereit. Wir arbeiten mit voller Leistung. Abbau erfolgt. Wir sind jetzt bereit. Stets bereit. Das ist kein angemessenes Verhalten. Das gibt's. Unsere Waffen sind bereit. Also los, Kameraden. Nehmen Sie Aufstellung. Gibt's neue Informationen? Das ist halt hier. Geben Sie uns ein Ziel. Ich hoffe, Sie haben Munition dabei. Pionier. Das ist entscheidend für unseren Erfolg. Keine Aufgabe ist zu banal. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Ich bin stets bereit. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Bunker hier. Grenadiere back, wenn es dem Imperium hilft. Bunker hier bereit. Grimbad bereit. Alarmtreib. Achtung. Brauchen Sie eine Panzereinheit? Mehrere Feinde ausgemacht. Sie wollen unsere Versorgung abschneiden. Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Mehrere Feinde ausgemacht. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Das haben Sie nicht. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Ich bin euer Scharflichter. Der Feind drückt Angst. Es ist ein Wörtchen und fliegen geschlossen. Es wird ein Haltbeschuss. Raus damit. Sofort in den Kopf. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Unser Zugang zum Imperium. Das Arsenal wurde erweitert. Feindliche Einheit ausgemacht. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Wir schießen ihn nicht. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgeliehen. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Mehrere Feinde ausgemacht. Der Feind hat er ausgemacht. Wir werden beschwunden. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Der Wartebefehl. Wir können alles reparieren. Bukai! Eine Schande. Ich bin stets bereit. Ich mache Ihnen ein Ende. Feinde. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Das ist entscheidend für unsere... Stehe unter Feindbeschluss. Ein kleiner Schritt auf dem... Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Unterwegs. Habe ein Ziel im Blick. Easy game on! Stehe an wie sie jetzt. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Wir brauchen hier schlagkräftige Unterstützung. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. So ein Mächtig. Ich will hier nicht durchschwunden. Sie landen sie hier. Macht ein neues Vierid. Kanonieren sie hier. Der Feind ist erledigt. Verteidigungsposten bereit. Was zur Hölle ist das? Raketenartillerie. Ich habe vor Wochen einen Bericht darüber gelesen. Zerstört sie. Oder sie werden uns auslöschen. Das Ziel. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Fertig! Wer braucht eine gekämpft? Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Jawohl! Das reicht! Zurück zur Basis und sammeln! Lasst uns in Deckung bleiben! Diese Geschütze knacken früher oder später unsere Verteidigung! Und sie haben mindestens vier weitere! Tja! Dann müssen wir unsere Verteidigungsstellung wohl doch aufgeben! Hauptmann! Ich werde diese Dinger mit meinen Rittern zerstören. Sie verteidigen hier so lange die Basis. Angriff! Neues Primärziel erhalten! Werkstatt hier! Wir sind Kappen! Alles was uns zum Sieg verhebt ist von der Däutung! Wir sammeln diese Materialien ein! Der Kaiser kann auf uns zählen! Wir haben schon schlimme Rezepte! Das ist entscheidend für unseren Erfolg! Wir warten auf eine Mission! Wir sind in der Imperiales Eisen steht bereit, um Angst und Schreck unter dem Fall zu vermeiden! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! MG schützen hier! Alles wieder in Ordnung! Wir geben uns zu! Sicher das hier! Schnell! Panzereinheit erwartet Befehle! Bestätige! Wir können alles... Ich diene dem Vaterland, wo auch immer ich gebraucht werde. Wotan bereit, den Feind zu dezimieren. Befehle? Brauchen Sie eine Panzereinheit? Bereit! Wir machen uns auf den Weg. Neue Befehle? Begebe mich dorthin! Bereit für Befehle. Wir beheben die Schäden. Jawohl. Pionierer, mehr pumpen gesichert. Wir machen uns auf den Weg. Pionierer bereit. Keine Aufgabe ist zu banal. Die Pumpe läuft einwandfrei. Wir sind stücksbereit. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Wechseln die Position. Panzereinheit erwartet Befehle. Der Kaiser kann auf uns zählen. Da geht's lang. Geben Sie uns ein Ziel. Also los, Kameraden. Wenn erst unser eigenes Haus gesäubert ist, wird Saxony sogar noch stärker werden. Schreiter bereit. Bestätige. Exoskelette bereit. Ich bin stets bereit. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. In Bewegung. Ich werde in Kürze dort sein. Urteil unter Wischers. Der Kaiser hat verloren. Wohin, ich brauche dir meine Position vor. Gute Güte. Wie lange kämpft ihr hier schon? Seit sechs Monaten eure Hoheit. Tausende von Männern für ein paar Meter Dreck und Steine. Das war mal ein saxonisches Dorf. Das Zuhause von jemandem. Votan Kampfmeck wird bereitgestellt. Schreitersammelbereich verlegt. Die Einheit erwartet Befehle. Begebe mich dorthin. Wir sind hier, um zu dienen. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Ein Gegner muss sich zählen. Wir beheben die Schäden. Wir sehen einen Feind verbannt. Erwarte Befehle. Schreitersammelbereich, werdet dich zu dienst. Ich bin ja alles bereit. Höllenfeuer los! Eisenhands unter Beschluss. Wir werden sie ausdähen. Ich stehe unter Beschluss. Feindliche Einheit ausgemacht. Vereilung! Auf dem Weg! Lassen Sie hören! Schnell! Alleinfeindersammelbereich! Der Feind versucht, unsere Pumpe zu erobern. Mehrere Feinde ausgemacht. Ich komme hier unter Feindbeschluss. Wir haben die Kontrollen bei der Pumpe verloren. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Hört, Kammer! Der Feind greift mich an! Position! Welche Gegner gesichtet? Wir haben sie vorbereiten, wir sind fast! Endliche Feindeinheiten in Sicht! Befehle! Los jetzt! Wir sind hier um... Er ist in seinem Rang aufgestiegen. Und was jetzt? Der Feind von seiner Seite ist! Erwarte damit! Sterbt! Druck, ein Unabhänges! Ein Unabhänges erahnen, ein Einheiten in den Elite-Rang aufgestiegen. Bleibt in Deckung! Nicht wahr! Diese Narrens haben ein Steher unter Feindbeschutz! Aber für Befehle! Der Kaiser kann auf uns zählen. Wir haben schon... Wir können alles reparieren. Was gibt's? Ich werde in Kürze dort sein. Wo auch immer ich gebraucht werde! In Bewegung! Feindliche Einheiten entdeckt! Verteidigung! Ich bin mehr als Imperium Südreinlingen! Ich diene dem Vaterland! Richtet sie durch Schwert! Ich werde in Kürze... Eine unserer Veteranen-Einheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Da drüben! Das ist der erste! Vorsicht! Die fähigen Geschäften im Schicksal! Es besiegt die Erschwieder! Noch ein Ziel für die Ritter von Saxony! Tötet die Bastarde! Steher unter Feindbeschutz! Koordinat... Eine unserer Veteranen-Einheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Ich bin unter links! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen-Rang aufgestiegen. Ein aus Viertisches Angetüm erledigt. Noch 100.000 vor uns. Hunderttausend vor uns! Erkliert es heute nicht! Wir haben uns gesandte Narrens auf los! Wir haben jetzt viel Ziel anvisiert! Wir bringen noch die Batterien zu schieben! So jetzt viel! Los! Wir haben uns gesandte Narrens auf! Ich bin natürlich in der Batterie! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren! Wir können alles errichten! Ich werde ihn beschossen! Maschinen, wir haben eine gepanzerte Einheit verloren! Mehrere Feinde ausgemacht! Um zu dienen! Sehr gerne! Werkstatt hier! Schreiter Sammelbereich verlegen! Der Feind wird vor Angst füttern, wenn ich die Erde selbst zum Beben bringe! Mehrere Feinde ausgemacht! Feindliche Einheit ausgemacht! Mutern hier! Und was jetzt? Der Feind nimmt unsere Befestigung mit ins Visier! Halt! Scheiße, erabt! Angelegen! Schreiter Sammelreich! Oh! Wir sehen einen Feind verbannt! Kursbespiele! Ein Gieter! Da drüben! Der Feind greift mich an! Angriff! Der Feind hat sich ein Teil ausgemacht! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Jawohl! Zielposition bestätigt! Hoffen wir eine Fatsache in Rez? Zurück! Bereit für Befehle! Ich bin unterwegs! Ein Gegner in Sicht! Wir warten auf... Unter Feindbeschuss! Bereit! Angriff! Mehrere Feind beteilte Einheit ausgemacht! Kanoniere warten auf neue Befehle! Wir sind auch bei... Auch in der ganzen Hand der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Und zweitliche Einheit ausgemacht! Unter Feind unter Beschuss! Ein unserer Auffeiten ist in den Beteranen an, auch Kommen oder hier! Schwerer Panzer, inhalt bereit! Geht es nicht schön, wenn es nicht möglich kann! Unter Feindbeschuss! Ja? Nutzt die Decke! Ich habe den Kratzen im Blick! Der Feind greift mich an! Wir sind hier, um zu dienen! Wir beheben uns! Wir sind hier, um zu dienen! Wir beheben uns! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Geh Schützen bereit! Beheilung! Melde zahlreiche Feindeinheiten in diesem Gebiet! Imperiales Eisel steht bereit, um Angst und Schrecken unter dem Feind zu verraubeln! Es gibt Kuppen angegriffen! Wir sehen eine gegnerische Auffassung! Kuppen beseitigt! Halt für die Arbeit! Bereit für Befehle! Koordinaten gereicht! Brauchen Sie eine Platz-Einheit! Halt unter Feindbeschuss! Bereit für Befehle! Begeheilung! Geheilung! Was ist das? Ich knüpfe die Tor! Angriff! Unser Reparat ist eine Achtung in den Elite-Rang aufgestiegen. Ziel erfasst! Urteil unter Beschluss! Angriff! Wir sind hier und bei einem Schussbeschluss bereit für Befehle. Wir beheben die Schäden. Wir können alles reparieren. Ein Gegner in Sicht! Wir werden nahe Feinde an! MG schützen ihn! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen-Rang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen-Rang aufgestiegen. Mehrere Befeuteinheiten in Sicht! Das Lebensblut des Imperiums! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Wir warten auf Anweisungen! Alles wieder in Ordnung! Wir sind auf Beute zurück! Wir sind stets gegen Anweisungen! Werden Sie an! Nur feindliche Einheiten ausgemacht! Schlimmeres repariert! Werkstatt hier! Wotan Kampfmeck wird bereitgestellt! Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier! Das Imperium zu verteidigen! Ich bin unterwegs! Kuss bestätigt! Ich habe den Feind im Blick! Der Feind wird vor allem verfüttern, wenn ich die Erde selbst zum Beben bringe! Sieh! Schnell! Kuttern hier! Ich beziele fast! So schnell ich kann! Wir können alles! Unter Feindbeschuss! Unser Status ist immer Zurück! Wir haben den Sammelpunkt erreicht! Teilzeit bereit! Jawohl! Unser Trupp Unser Status ist immer noch unverändert. Wir warten! Jeder nimmt was mit! Bereit für Befehle! Koordinaten erhalten Feindkontakt! Alle Bunker hier! Vorbereit! Frei im Feuer! Brauchen Sie eine Panzereinheit? Bunker hier! Ich bin bereit das Imperium zu verteidigen! Wir sind stets bereit! Ist so gut wie erledigt! Melde zahlreiche Feindfälle in diesem Gebiet! Ich bin bereit! Ihr seid das im Bequemge! Ich bin die Sendung! Sie sind bereit! Alle Zauber! Deutschland! Erfeindliche Heilige Heilige Kindergesichte! Vorfehlend! Ich bin die Sendung! Die Sendung! Ich bin die Sendung! Ich bin die Sendung! Alle Zauber! Ich bin die Sendung! Wotan hier! Ich rufe alle Geräte! Bereit! Bereits muss bereit sein! Alles nötige für sein Wettbewerb zu tun! Wotan bereit den Feind zu angreifen! Wotan hier! Bereits! Der Feind griffst uns an! Wir streuen Feuer! Sicherer Soldaten ausgerufen! Wettbewerb! Wettbewerb! Sieg ein Blanz! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Bereit für dich! Knöpfe! Wir sind doch noch die Fächtigung zu versucheln! Wir wollen der Feindkreis weg an! Wotan bereit mich! Wir haben Ihre Aufmerksamkeit! Wir haben Ihre Aufmerksamkeit! Feindbeschuss! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Unterwegs! Wir beheben die Schäden! Bereit für Befehle! Es ist uns an hier! Brutal unter Beschuss! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Unterwegs! Wir beheben die Schäden! Bereit für Befehle! Jetzt ist noch Ron! Wir grünen den Scheiben! Wutan geracht! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Die Fassade ist nah für mich. Ich bin euer Schatzrichter! Ich bin hier in Waffenbrühe! Ich bin hier in Waffenbrühe! Ich bin hier in Waffenbrühe! Bereit für Biffet! Hüllenfeuer! Los! Ich werde sie von Nicht-Angriff! Turm beseitigt! Der Kaiser kann auf uns zählen! Alles wieder in Ordnung! Jagen wir ein Paar! Wir beheben die Schäden! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Meldet zahlreiche Feindeisheiten in diesem Gebiet! Unter Feindbeschuss! Begeben uns zu den neuen Kronen! Versuchen Sie, sich wieder kaputt zu machen! Wir sind stets bereit! Da geht's leicht! Schwere Paltseinheit bereit! Schiele Passt! Was gibt's? Pin-Bewegung! Pioniere bereit für die Arbeit! Sehr gerne! Ich bin stets bereit! Pioniere unter Beschuss! Ich werde in Kürze dort sein! Ich werde in Kürze dort sein! Ich mache Ihnen ein Ende! Der Mäser hat Kölner hier! Was gibt's? Der Feind greift mich an! Ich bin bereit, das Imperium schiebt! Ihr Schicksal ist versiegelt! Wir holen die Hölle los! Position-Schicksal! Angriff! Sie sind in Sicht! Seid wachsam! Ich will keine Toten! Unter Feindbeschuss! Überholen Sie die Mäcks! So schnell sind sie nicht! Ein Bahnhof! Die russivetische Bergfestung wird darüber versorgt! Sie greifen an! G'steramt! Zermönt sie! Der Feind greift mich an! Hier ist eine Feindeinheit! Wir und Ihres Feind mit sicheren! Aber nein! Hörst damit! Die Heißbettlige abwartet die Todeshafe! Feindliche Soldaten ausgeschossen! Einung! G'steramt! Sterbt! Gut unter mir! Ich sehe Wert gemacht! Ich höre! Zerraten Sie! Ich rücke vor! Das haben Sie sich selbst zuzuschmelden. Zahlreiche, weil das nicht erknallen wird! Eine unserer Einheiten ist in den Verlangenen auf dem Weg. Alles zu Frenzbeschuss! Zum Sieg! Der Tod wartet! Allzeit bereit! Die Passade schießen auf mich! Das ist Feuer! Unter mir! Position schweigseitig! Wir mit denen! Die Passade schießen auf mich! Sieht aus! Der Tod wartet! Die Passade schießen auf mich! Und vorruf insulieren! Wir haben solche Soldaten ausgeschaltet! Los damit! Ich rücke vor! Unter Feindbeschuss! Feindkontakt, aber nur impositionieren! Ich rücke vor! Sie werden der Runden taglich erheben! Ihr Schicksal ist besiegelt! Sie sind gezielt und geschlossen! Geschafft! Ihre gesamte Artillerie ist zerstört! Das nützt uns herzlich wenig, wenn Sie weiter Nachschub bekommen. Zeigen Sie mir diesen Bahnhof! Er liegt geschützt in der Basis! Die könnten wir einnehmen! Sie haben schwere Verluste und wir haben die Initiative! Aber das widerspricht unseren Befehlen! Wollen Sie etwa weitere sechs Monate zusehen, wie eine ganze Generation von Saxonien stirbt? Nein, Hoheit! Dann unternehmen wir etwas! Ich will diesen Bahnhof! Wenn wir die Festung nicht zerstören können, schneiden wir sie eben vom Nachschub ab! Dann müssen Sie zu uns kommen! Neues Primärziel erhalten! Ich bin bereit, dass wir jetzt werden verteidigen! Wir sind stets bereit! Ist so gut wie erledigt! Exoskelett! Mehrere Feindkontakte hier! Raus damit! Wir werden beschossen! Ich höre! Sie sind so gut wie tot! Mutmänner! Wir brauchen diesen Bahnhof! Wotan bereit, den Feind zu dezimieren! Wotan bereit, den Feind zu dezimieren! Was bleibt nötig, der Kaiser! Gleich ab! Ich habe den Feind! Der Feind greift mich an! Ich bin stets bereit! Ich bin stets bereit! Ich bin stets bereit! Grenadiere bereit! Lasst uns in Deckung bleiben! Das wird uns gute Dienste leisten! Verstanden! Unsere Waffen sind bereit! Pioniere melden! Pumpe gesichert! Verstanden! Bereit für Befehle! Wir beheben die Schäden! Wir sind hier, um zu dienen! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Anti-Mech-Kanoniere! Wir geben alles! Die Pumpe läuft einwandfrei! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Bereit für Befehle! Hatte uns, was ihr tun sollt! Wotan bereit, den Feind zu dezimieren! Pioniere bereit für die Arbeit! Sehr gerne! Granaten sind die Lösung für jedes Problem! Befehle erhalten! Saxonische Miene gesichert! Saxonische Miene gesichert! Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite heran aufgestiegen! Wie befohlen! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Wir sind hier! Wir beheben die Schäden! Bereit für die Arbeit! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Eisen gesichert! Das Rückgrat! Alles wieder in Ordnung! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Wir sind stets bereit! Der Kaiser kann auch hier beheben die Schäden! Wir haben dieses Öl im Namen des Kaisers beansprucht! Alles wieder in Ordnung! Nehmen deine geschützte Beobachtungsposition ein! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Was gibt's? Wo auch immer ich geworfen werde! Wo auch immer ich geworfen werde! In Bewegung! Wo auch immer ich geworfen werde! Aber nein! Wir haben diese Aufmerksamkeit gesichert! Wir haben diese Aufmerksamkeit gesichert! Waffen reichen ein Ende! Da ist er! Mal sehen, wie lange Sie ohne Essen und Munition im Berg überleben! Stopper! Sollte sind Sie überwachsen! Sollte sind sie durchbauen! Es gibt das so unterschiedliche Aufmerksamkeit! Sollte sind sie nicht aus! Dann gehen Sie zu dem Waffen! Die Versorgung nicht nur hin! Und damit fühlen Sie, dieuerung! Die Drehung! Die Drehung! Die Drehung! Die Drehung! Die Drehung! Fast! Brauchen Sie eine Patsche in Hand? Viel in Sicht! Der Drehung! Die Drehung! Die Drehung! Die Drehung! Kommt die Hölle los! Wir werden aufbereit! Ist mit einem Schwer! Ein Unternehmen an der anderen Teilaiten sind in den vezômen Fluchen passt. Der Feind langweilige Verbesserung ist unsere Beweine. Ein Unternehmen an der anderen Teilaiten ist unsere Beweine! Ein Unternehmen an der Art Teilaiten ist in den Verlust aufgeschneidt! Einer unserer Trupps ist gefallen! Allsweit geschossen! Was müssen wir fast? Hölle Veint Z recovery inshop a Schwerわかern Sie wieder. Wir haben eine gefanzerte Einheit verloren. Befehl, eine Grenade zu schlagen. Der Feind greift eines unserer Gebäude an. Maschinen-Sammelpunkt festgelegt. Feindkontakt, aber dran. Eine unserer Trupps ist gefallen. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Befehl, ein Befehl, ein Befehl, ein Befehl, ein Befehl. Die Grenade des Eiserschutzes erhöht. Alle Statschen und wir werden zu den Regeln. Rakete hat gefeuert. Feindgeschutz. Kunde, der Feind scheint bereit. Die Hölle ist aus. Wir haben eine gesamte Leitzeit verloren. Es ist der Haftritt, Schauke an der Schein. Nehmen Sie euch, der Land hier. Wir können momentan keine Basis am Trupps dazu und nicht die Erde. Es ist der Haftritt. Der Feind greift. Schiebe, Halt. Und was jetzt? Wir beheben die Schäden. Wir haben alle getroffen, ein Befehl verloren. Und was so unter Beschuss? Der Feind greift ein Schwereräuter an. Wir können momentan keine weiteren Truppen versorgen. Feindliche Einheit ausgemacht. Pioniere bereit für die Arbeit. Feinde ausgemacht. Der Feind versucht unsere Mine zu erobern. Einer unserer Trupps ist gefallen. Bereit für Befehle. Da geht's lang. Ich bin bereit, dass der Feind vorankommt, wenn ich die Erde selbst zum Beben bringe. Wir werden angegriffen. Brauchen Sie eine Panzereinheit? Wir haben die Kontrolle über eine Eisenmine verloren. Der Feind versucht unsere Pumpe zu erobern. Kurs bestätigt. Stellen unter Beschuss. Feuert, wenn ihr bereit seid. Saxonia weit... Mehrere Feinde ausgemacht. Nutzt die Deckung. Den Ferien muss die Kontrolle stattführen. Und den Stolz schlägt unter dem Feind schwarzen Reifrecht. Mehrere Feinde ausgemacht. Den Feind zu dezimieren. Droht an unter Beschuss. Angriff! Den Stolz schlägt zu vollkommen. Der Feind versucht unsere Pumpe zu erobern. Ziel erreicht! Feindliche Einheit ausgemacht. Wird gemacht. Wir sind stets bereit. Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Mehrere Feinde ausgemacht. Bereit für Bewege... Feindkontakt! Wir werden beschossen! Unterwegs! Feindliche Einheit ausgemacht. Ich bin bereit für die Bewege... ...um zu verteidigen. ...zu verteidigen. Befehle! Ich bin unterwegs. Wir werden angegriffen! Befehle! Wir sind stets bereit. Pioniere bereit für die Arbeit. Mothan bereit, den Feind zu dezimieren. Einer unserer Trupps ist gefallen. Mothan, ich bin mit dem Feind zu dezimieren. Zu verteidigen. Kurs bestätigt. Der Feind versucht unsere Mine zu erobern. Koordinaten erhalten. Mothan, ich bin unter... Mothan, ich bin unter... Feindliche Einheit ausgemacht. Unsere Werkstatt wird attackiert. Gewohnheit, Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindbeschuss, Ziel erfasst. Mehrere Feinde ausgemacht. Diese Grimm wird fertiggestellt. Der Feind greift mit. Unsere Werkstatt wird attackiert. Ziel erfasst. Mehr Waffenfeindliche Einheit ausgemacht. Diese Grimm ist bereit für die Schuhe. Ziel in Sicht. Feindliche Einheit und feindliche Feindeinheiten in diesem Gebiet. Die Griffe greifen unter Wissmus. Ziel erfasst. Kurs bestätigt. Befehle. Ich werde hier beschossen. Nehmen Sie die Bedrohung ins Visier. Feindliche Einheit ausgemacht. Mehrere Feinde ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Gebt der Schereinheit mit Schuss. Der Feind versucht unsere Probleme. Der Feind wird attackiert. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Der Feind greift mich an. Wo werde ich gebraucht? Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Auf uns wird geschwunden. Ich stand hier. Schwere Panzer. Jetzt mache ich die Hölle los. Ich sehe hier einen. Gemeinsam sagt, wo ist das Gefallen? Bis dort ist die Hinsicht. Aber nur einer. Einige Feindheiten ist in den veteranen Rang aufgestiegen. Nebenwand wird eingeführt. Der Feind greift mich an. Ich bin anvisiert. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Einige Feind. Mit denen mache ich kurzen Befuss. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Ich habe den Feind im Blick. Der Feind greift mich an. Der Feind nimmt unsere Befestigungen ins Visier. Panzereinheit erfährt. Fehl im Ficht. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ein anderer Teil ist in den veteranen Rang aufgestiegen. Ich bin hier. Ich bin hier. Schreiter bereit. Ich bin hier. Schreiter bereit. Bereit für Befehle. Panzereinheit erwartet Befehle. Ziel bestätigt. Schwere Panzereinheit bereit. Ziel in Sicht. Ich sehe ihn. Der Kaiser kann auf uns zählen. Quotein und Emerschutz. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Ich bin hier. Ein Gegner in Sicht. Werkstatt hier. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Der Verletzten. Der Verletzten. Der Verletzten. Der Verletzten. Der Verletzten. Stabilieren. Der Verletzten. Schuss. Schäden. Oh. Wir sind mit der Soldaten ausgestattet. Viele Verrallzeit bereit. Ja. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ja. Gegner beseitigt. Schäden. Neue Befehle? Wir sind hier, um zu dienen. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Etliche Feinde ist so gut wie erledigt. Bereit für die... Ich werde sie versehren. Das waren alle. Heide. Ziele erfasst. Ziele erfasst. Es ist uns eine Ehre. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Koordinaten erhalten. Ich bin unterwegs. Wir sind stets bereit. Pioniere melden, Pumpe gesichert. Es ist so gut wie erledigt. Bereit für Befehle. Wir unterfeiten frei. Reift mich an. Sie sind Befehle. Ich bin hier, Wachstumöer. Wir sind unter Beschuss. Neues Ziel. Du bist unbestätigt. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen und den Sieg zu erregen. Der Kaiser kann auf uns zählen. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Wir beheben die Schäden. Ich sehe hier einen. Gewurteilen unter Beschuss. Die Schäden ausgeschüttet sind gefeuert. Eure Hoheit. Von Duisburg wird das nicht mögen. Oder euer Vater. Die sind nicht hier. Und wir hätten saxonisch erliehen. Der Feind drückt vor. Der Feind drückt vor. Wir haben den Feind erledigt. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Wir beheben die Schäden. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Wotan bereit, den Feind zu dezimieren für Befehle. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Wir sind stets bereit. Feindkontakt. Aber ich bin stets bereit. Ich werde in Kürze. Sie werden den Wotan verletzt. Wotan bereit, den Feind zu dezimieren. Ich knöpfe Sie mir vor. Rast damit. Ich bin bereit. Sie sind so gut wie tot. Schreiter bereit. Ich habe den Feind im Blick. Wotan bereit seid. Wotan nicht die Nutzung zu landen. Ich mache Ihnen ein Ende. Panzereinheit erwartet Befehle. Ich bin stets bereit. Sie werden den morgigen Tag nicht erledigen. Unter Feindbeschuss. Gut gemacht, Männer. Hoheit! Sehen Sie! Was ist das? Chlor Gas. Genug, um alles hier in einen tödlichen Nebel zu hüllen. Diese Monster wollten uns ersticken. In unseren eigenen Gräben. Also, das wissen wir nicht sicher. Sie hätten es getan. Die haben keine Ehre. Lassen wir diese Ratten ihre eigene Medizin schlucken. Und raten sie aus. Was meinen Sie damit? Mitkommen. Was ist das? Ja, bravo, Fritz Wilhelm! Bravo! Ja, hurra! Ja, hurra! Ja, elever hoch! Ja! Träger des Eisernen Kreuzes und Oberst, wenn es so weitergeht, werden Sie bald mir die Befehle geben. Ich diene meinem Volk so gut ich kann. Erlebe hoch! Fritz Wilhelm! Hurra! Ja! Denken Sie, Sie dienen Ihrem Volk, wenn Sie Befehle missachten und Hunderte von Rosenwärts unter Qualen sterben lassen? Die Festung wurde seit Monaten belagert. Die Ritter von Saxony brauchten nur Stunden zum Sieg. Der Weg nach Osten ist jetzt frei. Durch Giftgas, Wilhelm. Niemals zuvor haben wir auf solche Weise Krieg geführt. Wir haben auch noch nie Millionen von Leuten verloren. In Saxony gibt es Dörfer, in denen man keinen Mann zwischen 15 und 35 mehr findet. Familien verlieren ihre Söhne und Brüder und Väter. Dörfer in Trümmern, Städte in Flammen. Haben Sie sie gesehen, die Männer in der Festung? Haben Sie in Ihre Gesichter Ihre Augen gesehen? Es war furchtbar. Aber muss uns nicht jedes Mittel recht sein? Ist es nicht unsere Pflicht, das Leid des saxonischen Volkes zu beenden, auf welchem Weg auch immer? Das Problem ist nur, über genau das denkt vermutlich irgendein russwietischer Kommandant auch gerade nach. Sie haben ihm die Rechtfertigung geliefert, alles noch viel schlimmer zu machen. Es muss jetzt passieren. Sie könnten überall sein. Löse den Reichstag auf, entlass deine Berater und bring die Presse unter Kontrolle. Wir brauchen absolute Macht und... Das wäre dann alles, Wilhelm. Ach so, wir plaudern jetzt lieber mit verrückten Greisen, statt das Reich zu retten. Das wäre alles. Alter Freund, schön Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Olga Morozova, eine Vertraute meines Cousins, Zahnikolas. Es ist eine Ehre, dass Sie mit Günther von Duisburg kennengelernt werden. Wieso bin ich hier? Intrigante Politiker wollen die Monarchie abschaffen. Unverschämte Industrielle wollen keine Abgaben mehr leisten. Und Sie, Sie fragen, warum Sie hier sind? Ich kann die Flut nicht aufhalten. Und wenn doch? Vor einigen Monaten erhielten ich, Zahnikolas und andere Herrscher Informationen über eine Geheimorganisation. Männer, die den Krieg angefacht haben und in die Länge ziehen, um Macht zu erlangen. Die Anschuldigungen waren abscheulich, aber leider auch glaubhaft. Ich schloss daher mit Zahnikolas insgeheim einen Waffenstillstand. Wir wollen die Fenris-Mitglieder in unseren Regierungen enttarnen. Deswegen sind Sie hier. Als jemand, dem ich trauen kann. Sie haben mich öffentlich ein Lügner genannt, um Ihren Sohn Wilhelm zu schützen. Es gibt Elemente in Dresden, vielleicht sogar unter meinen Ministern, die gegen mich und die Waffenruhe arbeiten. Einen Lügner! Die Menschen sind aufgebracht. Unsere Propaganda hat Ihnen eingeredet, dass der Sieg sicher sei. Sie verstehen nicht, dass wir unseren Russwirtbrüdern jetzt die Hand reichen. Wir glauben, Fenris will das zu seinem Vorteil nutzen. Laut Olga arbeiten Sie daran, den Krieg erneut anzufachen. Keine Schattenorganisation hat Zaren und Kaiser in diesen Krieg getrieben. Das war Ihre eigene Dummheit. Ihr Traum von Macht, Ruhm und Ehre größer war genug. Und jetzt sucht ihr nach allen möglichen anderen Gründen und Aussehen, weil ihr so absolut versagt habt, dass jeder Mann schier den Verstand darüber verlieren könnte. Das geht zu weit! Ich glaube, Fenris Reallin, ich habe gesehen, dass sie ihre eigenen Augen sehen und ihre eigenen Augen gesehen haben. Aber sicher doch! Spionage und Manipulation sind nicht bei Betätigungsfeld, Fräulein. Ich bin Soldat, schon mein Leben lang. Aber leider Gottes gibt es nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Muss ich Ihnen befehlen, mir zu helfen? Versuchen Sie es! Ich bin Soldat, schon mein Leben lang.